Jo, wir sind jetzt heute bei FIFA 17 Ähm, ja, wir sind ja also, wir verlieren ja, ja Ecke Ey, Ecke ist jetzt gehe ich Jo, also Entrichtig Und jetzt verteidigt werden, folgerichtig Jetzt der Wechsel So Wir können uns vierdeckig auf eine heiße Schlussphase einstellen Guti Das kann man wohl sagen, wir uns völlig offen hier der Ausgang der Partie Ein spannendes Spiel bis zum Schluss Tut sich hier noch hart Wir gehen da Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite Mit dem Ballampoon Richtung gegnerische Tor Fabieri Das ist noch mal die Chance auf den Ausgleichstreffer Das war's ja gut Das war's ja gut Ich glaube, wir haben vier zwei Schieße aufs Tor zwei zu mir Weil es sind zwar mir aber es ist so ein Kämpfer zu machen Ja Ich sehe, wir machen ja die Fault Und Na ja Ich gebe mein Bestes Weil ich jetzt nicht draufkomme Rechte dann nicht Gehen wir weiter Gehen wir weiter Jetzt haben wir das nächste Spiel gegen Tempolite Tempolite ist auf dem Ball In unseren Haaren Jetzt sind wir die Öffner Liege immer hoch Leider Aber wir gehen mit Sieg Na im Rump könnten wir bis Elf könnten wir euch Wir besser Wir machen das mal wieder Verteile 20 Werdet 30 Mann spielen Und wir sind eins Was nicht nach Na im Gegentor Am vierten Wir sind aber die Mannschaft die euch auch eine von den wenigsten Gegentoren gesehen